Leuchttürme haben sehr Ansicht, dass ihnen die Anderen den Rücken zukehren. Also ich erlebe noch nicht die große Revitalisierung der akademischen Institutionen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Man darf nur nicht glauben, Leuchttürme würden es richten. Das ist auch so ein humanistischer Irrglaube. Leuchttürme strahlen, aber oft macht man dann lieber die Augen zu. Es ist eine Frage auch da, wie Hochschulen gesteuert werden beispielsweise. Und es ist eine Frage der Hochschulverfassung. Das heißt, wie viel Freiheit hat eine Hochschule. Und es ist dann die Frage der Reflexionsprozesse in einer solchen Institution. Wird dann auch Veränderungsprozess partizipativ gemacht oder diktatorial? Und kommt hinterher eine Universität raus, wo der Präsident so mächtig war wie früher der Kultusminister? Dann haben wir ja falsch gespielt. Also insofern bin ich da wie immer ein unerschütterlicher Optimist. Ich lasse mich nur nicht von sogenannten Leuchttürmen blenden. Ich lasse mich nicht von meinem Ausbildung. Es ist eine Sprachmutzung blenden. Ich lasse dich auf den Balken. Ich lasse mich nur nicht von meinem Kultusministerium. Ich lasse mich nicht von meinem Ausbildung. Ich lasse mich nicht von meinem Ausbildung. Untertitelung des ZDF, 2020